Mein Name ist Waldemar Auen, bin 60 Jahre alt, bin seit 25 Jahren in der Landwirtschaft. Auf dem Betrieb von Christian Rehse bin ich seit 8,5 Jahren und bin hier zuständig hauptsächlich für den Ackerbau, das heißt Drillen, Pflanzenschutz, Dröschen und auch für die Biowassanlage, zum Beispiel Biowassanlage füttern und was dazu gehört. Mein Name ist Christian Rehse und ich bin Christian Rehse Jr. Wir betreiben mit unserer Familie unseren landwirtschaftlichen Betrieb in Goslar-Jährstedt. Neben dem Ackerbaubetrieb betreiben wir eine Biowassanlage. Wir haben Waldemar Auen für den Arbeitnehmerpreis vorgeschlagen, da er sich durch sein besonderes Engagement für unseren Betrieb seit vielen Jahren engagiert. Dabei stellt er oft sein Privates hinter die betrieblichen Erfordernisse und arbeitet seit vielen Jahren und Jahrzehnten in der Landwirtschaft mit großem Interesse und hat das nie verloren. Waldemar Auen führt von der Aussaat bis zur Ernte alle Tätigkeiten im Ackerbau aus und hat dabei keine Berührungsängste mit modernster Technik. Hier lieben wir jetzt das Gewicht ein. Aufgrund seines großen Interesses seit seiner Kindheit an der Landwirtschaft nimmt er regelmäßig an Fortbildungen teil und auch die 600 Kilometer zur Demo nach Berlin waren ihm nicht so weit. Wir freuen uns sehr, dass Waldemar diesen Preis bekommen hat, denn er ist ein fester Bestandteil unseres Betriebes und unserer Familie. Ich freue mich sehr, dass Christian Rehse mich für diesen Preis vorgeschlagen hat und dass ich diesen Preis erhalten habe. Danke!